willkommen zurück zu let's play together minecraft islands mit dem netten freund hier fenster leister genau ja in der letzten folge habe ich leider leicht verkackt ich hole mal meine sachen vom spawner zurück vielleicht vielleicht ist es ja auch mein future home man weiß es nicht je nachdem aber diese insel ist super landschaftlich und kulturell hat diese insel sehr viel zu bieten das tourismus angebot dieser insel ist echt überwältigend ja es ist echt leihwand leihwand ich habe unser schaf getötet nein sehr leihwander ein fleisch nicht nein nein es ist die sport komplett es ist die sport nein für die schmerz der jetzt jetzt die aufnahme ist ja nicht mal fünf minuten her nein es ist trotzdem die sport linds an einem texturen pack wieder nein über der kartoffel und ohne witz alter jetzt sterbe ich schon wieder oder was jetzt ist das zeug weg ja ach scheiße das war echt viel aber nichts nützliches wirklich hier bekommst du wahrscheinlich keine pferde brauchen ja hier hier brauchen wir eigentlich keine pferde dass solange unsere diamanten in sicherheit sind alter das ist es schon nervig jetzt wieso die sporten das so schnell keine ahnung dieses spiel das spiel ok 8 eisen sind in produktion dann mache ich mir jetzt mal ein bisschen eine hacke und geht dann in die mine ich will nicht mehr sterben hier draußen ich will nicht sterben in der mine sollte man sich immer holz mitnehmen das ist richtig außer man hat jetzt eine minenschach gefunden oder so ja aber das ist nicht die regel zumindest nicht bei männern der schlechte witzcounter wird wieder eingeführt ja ja hast du eigentlich weibliche zuschauer was sagten bei dir denn da die statistiken bei mir ich weiß es gar nicht nicht verfügbar nein not available aber meine abonnenten steigen zurzeit ziemlich hart okay und dann war das war jemanden vielleicht weil ich regelmäßig videos mache oder so ähnlich oder fast regelmäßig ja daran hat bei mir aber jetzt schau du ziehst mich mit in den strudel des unendlichen james was genau das youtube mann ist und so genau jetzt haben wir bald youtube mann zehn millionen euro pro monat wahrscheinlich nicht ganz aber mal ganz ehrlich ich will es auch gar nicht ich brauche ist gar nicht du bist denn in keinem netzwerk oder okay ich schon ja weil du scheiße bist aber das bringt viele vorteile man man bekommt zum beispiel musik die man verwenden kann und so weiter die komponiere ich mir selber ja genau das ist ein rundweg hier schau mal toll genau und da kann man sich schön verlaufen ach dieses was ist das dieurid ist auch so eine scheiße braucht keiner keiner eisen braucht eine oder zwei sogar zwei jahre ich habe diesen gefunden also dass das es nervt mich echt dass das zeug dies bonus komisch eigentlich ja sehr komisch wobei ich hätte ja auch gemeint dass mein meine karotte die spawnd er meine meine die apfel kartoffel kartoffel die spawnd ist dies aber nicht die spawnd ganz komisch weil wir vom server gegangen sind glaube ich und außerdem kannst du noch mal schauen hinten bei diesen ich führe dich hin ja gerne ich würde das gerne mal eruieren ob das zeug wirklich jetzt weg kommen wir wieder warte warte kurz kommst du ich kann ich kann leider nicht rennen die goal habsache wir kommen hin alter wie das aussieht augenkrebs nummer 50 oder wie sucht sich weil du in mir alter alter du bist in in mir ne ok literally in 0 er zieht schon eine blutspur hinter sich er hat gerade die periode ja schlägt aus genau so wie es das speedometer bei meiner internet leitung nie machen wird oder bei meiner allgemein bei uns ja da scheiße ich kann auch nicht mehr rennen haben wir noch zu zu essen was ach warte mal das legen wir noch hier ein gut das nehme ich jetzt nicht mit in weiser voraussicht bin schon so oft gestorben okay jetzt kommen jetzt machen wir jetzt machen auch deine zuschauer jetzt mal einen exkurs also hier geht's drauf hier können wir dann auch so schöne inselstraßen bauen wer glaube ich gar nicht so schlecht was denkst du werden uns noch gäste beitreten mit sicherheit mit sicherheit werden gäste beitreten ähm das hängt ganz davon ab wie fame wir sind wir werden oder sind also wir sind nicht wir sind wir werden auch nicht film wahrscheinlich wahrscheinlich nicht nein auch ok scheiße ich hatte ein halbes herz und bin einem block zu weit gesprungen mail ich komme den kennst den weg ja genau auch scheiße ich muss mal was trinken nein alter jetzt heute sind wir heute er hat er kommen noch nein du böses tier böses tier du böses tier alter nein let me alone nein leave me alone scheiße let me alone halt drott hell warte mein ganzes zeug ist ist verstreut auf der insel alter wie viel spawnen denn hier ich habe schon level 8 wegen diesem schweiz hier alter ich verrick ich verrick nein nein oh zwei creeper ernsthaft leave me alone nein du jabla hier ist der spawner nein jabla fit die hell das sagt man nicht oh mein gott eisen vom zombie gedroppt bekommen ich bin gerade ganz woanders gespawnt auf dem server lol ich muss mich kurz mal teleportieren wir sehen nicht zu keine ungst ich bin gerade gespawnt da wo die anderen damals gebaut haben weil wir haben ja die welt nicht neu generiert wir sind ja nur weg geflogen und haben uns diese insel gesucht für minecraft islands für unser neues format ne genau alter aber ich bin gerade voll da hinten wieder gespawnt au alter du blöde sind so viele viecher wahrscheinlich mein bett wurde anscheinend blockiert oder aua alter komm jetzt bitte bitte net bitte draith hellwetter ich helfe dir mal sehr gut war da hinten jetzt was oder 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 so ach so mal zeug oh scheiße weil ich habe die kisten eiskalt ausgeräumt gehabt ach scheiße und das ist tatsächlich weg ok da ist was xp punkte ja das war von mir wie ich vorher gestorben bin ach so ach mann wieso die spawnt das immer aber so schnell sehr komisch sehr sehr komisch ja komisch gut ich gehe wieder nach haus oh alter ich bin gespickt mit feilen hier liegt holz ja könnte auch von mir sein keine ahnung man weiß es nicht man weiß es nicht so hier ist eine höhle hier sind überhaupt sehr viele höhlen finde ich gut jo oh schweine sehr gut schweine sehr gut ja vielleicht gut ähm boah finde ich echt nicht cool dann gehe ich jetzt nach hause und bleibe auch dort ich baue uns jetzt mal eine behelfsbehausung oder so tja oder richten wir uns wirklich gleich häuslich ein in diesem spawner berg ja könnten wir eigentlich ja wäre glaube ich nicht dumm dann ziehe ich unser zeug mal um mhm mhm haben wir das Viech jetzt gesehen? ja nicht gut ok gut jetzt muss ich schnell sein alter von hinten ja wahrscheinlich wahrscheinlich wo wo vor allem ja nein 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 er spawnst du dann wieder ja 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 ich helfe dir mal und mein essen sehr nice scheiße ah draht helvete oh fuck das nervt mich jetzt grad ne aber ich spawn ich spawn noch richtig oh mein gott das gibt's doch jetzt nicht alter das nervt jetzt zeige ich mal was die anderen hier oder was wir damals gebaut haben so ach ja da hinten ist was abgebrannt ok kann man ja mal anbieten natürlich hier schönen banner das schwedische banner das französische banner das die antifranzösische revolution entfacht hat das deutsche banner geh mal rein hier ein sehr schönes haus nehm natürlich jetzt nichts mit hier wieder das schwedische banner mit einem gästezimmer sogar ah hier eine gute rüstung meine zuschauer verpassen das gerade alles müssen ja mir langweilig zusehen wie ich holz abbaue und wer weiß vielleicht machen ja die anderen spieler dieses servers ja auch bald mal mit bei unserem projekt man weiß es nicht ja genau gauzi ist einer der spieler ja der den turm dahinten gebaut hat das zeige ich euch jetzt mal diesen turm hier ich habe gerade ein bisschen frame drops ich weiß nicht wieso ok dieser turm ist leicht geil von gauzi wie gesagt aber alter nein 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 nicht schon wieder nein bist du wieder auf der insel natürlich ja ja ok gut du kannst dich genau also alter gut es geht weiter mit minecraft island also leute wenn ihr wenn ihr mitspielen wollt also wenn das überhaupt jemand will irgendwann mal dann könnt ihr gerne schreiben könnt ihr uns gerne schreiben ähm ich packe meine e mail adresse in die beschreibung könnt ihr hinschreiben ne und ich packe euch seine e mail adresse in die beschreibung genau könnt ihr unschreiben und ja da könnt ihr euch praktisch bewerben dann und mit zwei schlechten let's playern spielen genau wer will das nicht gut ok ich hab noch 15 eisen was sollten wir damit machen Rüstung oder ja mach die mal Rüstung mach die Rüstung ich versuche nicht zu verrecken hm gute eh ähm mach mir bitte auch noch eine Hacke für Holz genau du brauche ich Holz also eine Axt ja genau genau eine Axt ja eine Hacke für Holz weil ich brauche Holz nämlich dann für sehr guter Tausch danke oh 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 eine Stücke okay dann verziehe ich mich jetzt mal und ähm fange schon an mit unserem Kacke ja die Explosion gerade mit unserem Haus Aua also wenn ihr mir beim Bauen zuschauen wollt ne Leute ihr wisst macht's nicht ich bin immer für euch da genau genau ihr wisst es Leute einfach schaut mal bei jemandem zu der es wirklich drauf hat genau also bei mir ja danke genau so ich hoffe von hinten kommt nichts alter nein nicht doch not this time no so yes aber aber wir heben uns einfach von der breiten Masse der Let's Player ab Leute das müsst ihr mal sehen und durch unsere inkompetenz alter oder durch meine auch schon eher ja danke ach ja hallo bist du inkompetent ja ist er ich verwende gerade die Hacke irgendwie zum töten von Monstern das finde ich nicht so cool äh ich glaub nicht dass das sehr effizient ist oh naja läuft ja läuft schon ne gut die Welt wurde gespeichert das ist aber toll mhm oh wie gut das niemand weiß diese Spinne ist dein scheiß hallo ja Spinne greifst du mich an wuh sie greift mich an ok ok gut wenn du willst liebe Spinne also wir brauchen eine sichere Behausung auf alle Fälle jetzt und wir brauchen irgendein lustiges Event in dieser Folge damit die Abonnenten zufriedengestellt werden ja ein lustiges Event hm was könnte das sein irgendwas lustiges muss passieren Maxi wird wieder von Zombies erschlagen äh das ist Alltag das ist nicht lustig jo wahrscheinlich NEIN alter uuuh nicht nochmal Junge ich glaub das mit dem Zombie ist nicht grad so unabwegig gut ich schau jetzt mal nein alter fuck you also meine Folge ist ziemlich langweilig im Gegensatz zu meiner nein nein neiiiiiii neiiiiiii ich könnte einfach äh 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 deine nein laute vor der Folge zusammenschneiden ja bitte alter ich hab jetzt den Bogen bekommen ja mach ich jetzt bin ich mighty oh mighty jetzt gibt's Rache Leute oh oh gut meine drei Pfeile sind jetzt verschossen das ist nicht so gut ich hoffe der hat was gedroppt nein hat er natürlich nicht mäh dann hole ich noch ein bisschen Holz in der Nacht Holz holen gut schlauste das schlauste einfach aber ich verstoße hier einfach mal in diesem Projekt gegen alle Regeln genau der Kunst Anarchie ich hör was ich hör dich doch du kleines klapperndes Monstrum joo ich weiß es doch aber es war doch deine Tastatur und doch kein äh ok ja ich hab's gemerkt bei der letzten Aufnahme ich glaub ich muss in der Nachbearbeitung die ganzen Klicksounds rausschneiden äh das müsste ich müsste ich auch aber Leute mal ganz ehrlich scheiß drauf genau ich bin doch nicht so nett und schneid euch die Klicksounds raus ich schon ihr müsst doch hören wenn ihr wenn ich leide genau alter oder wenn ich rage und auf die Tastatur schlage genau wir können dann dein äh dein rage mit allen unseren Sinnen beobachten ja hören, schmecken, fühlen lauschen schmecken, fühlen äh willst du deinen Rechner fressen oder was ja natürlich ich esse YouTube Hallo ich heiße Fensterkiller hier ist ein Creeper der mich in die Luft sprengen will und er hat einen Baum in die Luft gesprengt yay sehr talentiert geradezu unglaublich talentiert nein alter du geh weg geh weg geh weg geh einfach weg du würbst mir meine Abonnenten ab mit deinem Geschrei ich schaue dann alle bei dir und wollen sehen was passiert so ich baue es hier zu ich baue hier eiskalt zu ich hab keinen Bock mehr drauf DROH 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 Alter schon wieder hier in der alten Welt gespawnt ah nein gibt's doch nicht ja da war doch vorher ein Bett oder das habe ich hier hingestellt und du hast dich reingelegt und irgendwie hat's abgebaut und jetzt ist tot ich hab's abgebaut super ich bin zu schlau und du hast es verloren ah scheiße alter wie mich der alter es gibt's doch nicht Leute warum kann man sich kein Bett aus Eisen bauen davon hätten wir genug aber Wolle Wolle nicht habe ich jetzt schon auf Schwedisch wechseln müssen um zu ragen wie oft aber schon langsam brauche ich neue Flüche mhm wird langweilig es wird langweilig ja oder ich fluche auf Französisch oder so oder bayerisch aber was? bayerisch ja dann steht dich auch keiner ja ist auch gut ja ja ist gut alter wenn ich mein Zeug verloren hätte durch diese scheiße gut also ich werde es jetzt einfach mal hier nein nein you 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 not you not kill me ich leg das alles hier rein jetzt eiskalt nein alter go away I not want you englisch yes very good ich weiß dass mein englisch leiband ist leiband 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 ist englisch gut das sollte reichen ein setzling ich brauche irgendwas zum ausleuchten auch genannt äh Fockelen ja ich habe auch keine Fockelen nicht ich bräuchte Stein wisst du was Leute ich baume jetzt einfach nochmal eine ganze Garnitur Werkzeug weiss kalt t wir legen xp rum ok YOLO ja he he da hat's mich wahrscheinlich mal gevetzt mich hat sie ja in diesem Break schon sehr oft ja eh eh ja nein oh Eisen Nein Nein Geh weg 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 ich dachte er schon was wir gestorben dunkle Höhlen Ohne Rüstung Sehr gute Idee, sehr gut Beste, ne? Natürlich Wahrscheinlich Okay, bin wieder hier Jetzt schnell Kautipper Baue ich mir schnell Werkzeug Werkzeug Ich brauche mehr nicht solch Eisen 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 Leihwand Eisen Meer Eisen Eisen, 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 Eisen Marmor, Stein und Eisenbrich Aber unsere Liebe nicht Ja, genau So geht das Ja Ich glaube der neue Folgentitel ist Marmor, Stein und Eisenbrich Übrigens Es ist bald wieder Zeit Wir haben schon wieder 25 Minuten Oh mein Gott 25 Minuten und nichts erreicht, Leute Es tut mir leid Es tut mir so leid Das nächste Mal, glaube ich, gehe ich in die Mine Ja Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen 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 Auf Wiedersehen